Biotechnologie und Pharma sind das Thema von heute, damit, hi, schön, dass du wieder mit dabei bist. Wir springen direkt mal in unsere Sektoren und in den Bereich Gesundheitswesen, denn hier haben wir 231.000 Euro aktuell drin liegen und die größte Aktie in diesem Bereich ist hier AppWi. Wer da was ist AppWi? AppWi ist, wie eingangs erwähnt, ein Biotechnologie- und Pharmaunternehmen, das 2013 als Abspaltung von Abbott Laboratories gegründet wurde. Ist ein Amerikaner-Unternehmen, ist auch im S&P 100-Index gelistet unter dem Symbol ABBV, also AppWi. Der Unternehmen sitzt in Illinois und ist weltweit tätig in den Bereichen der Immunologie, Onkologie und Virologie. Auch in Deutschland ist AppWi tätig. Hier müsste der Sitz in Wiesbaden liegen. Hat natürlich auch im Land mehrere Standorte, wie zum Beispiel Ludwigshafen als Forschungs- und Produktionsstandort. Und das Ganze hat einfach ein bisschen der Grund bis zur Rückzug-Neugruppe gehört. Es gab verschiedene Übernahmeversuche, es gab Kooperationen, wie zum Beispiel mit Biogen. Also haben wir hier auch ein sehr, sehr gut vernetztes Unternehmen. Und wir schauen uns das Ganze jetzt mal an. Im Depot ist es kaufenswert, wie war die historische Performance und haben wir mit dem Unternehmen bisher Geld verdient. Ja, seit 2013 und hier 2013 ist wieder gar nicht so lange her gewesen, hat das Unternehmen Gewinne erwirtschaftet nur von 280%. Und 280% innerhalb von 10 Jahren ist wieder eine Rendite, die sich sehen lassen kann. Natürlich gepaart mit den Dividenden. Wir schauen uns die genauen Zahlen nachher nochmal an. Aber was man auf jeden Fall schon mal dazu sagen kann, ist, dass es hier gute Dividenden gibt, dass die Dividenden eigentlich jährlich erhöht werden und auch noch mehr oder weniger vom Free Cashflow getragen werden. Beziehungsweise vom Ergebnis, vom unverbesserten Ergebnis pro Aktie. Das KGV ist mal günstiger, mal teurer. Aktuell hier bei 31, also schon etwas teurer. Aber dazu kommen wir nachher nochmal im Tab der Bewertung. Wir selbst haben AppBee schon eine ganze Weile im Depot gekauft, als eine der 10 auserwählten Aktien im Januar 2022. Hier für eine Viertelmillion Euro. Haben dann auch zwei mal gute Dividenden bekommen. Haben ordentliche Gewinne realisiert. Und dann nur noch kleinere Dividenden bekommen, die aber immer noch sehr, sehr gut sind. Und somit haben wir Dividenden bekommen. Knapp über 10.000 Euro. Was innerhalb von eineinhalb Jahren doch einfach super ist. Das ist auch einer der Gründe, warum wir die Dividenden-Strategie lieben. Und wenn du dich fragst, lohnen sich Dividenden überhaupt? Denn es gibt natürlich auch viele Stimmen, die sagen, hey, Dividenden sind ein Nullsummenspiel. Und ja, das ist so. Aber Dividenden sind trotzdem cool. Dann packen wir dir nochmal ein Video mit in die Endcard. Das ist schon ein bisschen älter. Da sind wir mal drauf eingegangen, ob es dir die Dividenden-Strategie denn überhaupt lohnt. Um das Thema jetzt abzuschließen. Wir haben damals 41.000 Euro an Gewinn realisiert. Haben mit den Dividenden und den aktuellen Kursgewinnen, die ja erstaunlicherweise gar nicht so hoch sind. 2.700 Euro eine Gesamtrendite von 54.000 Euro gemacht. Und die 54.000 Euro sind natürlich nicht verkehrt. Und somit schauen wir doch jetzt einfach mal auf die Seite des Unternehmens. Wir haben hier schon einmal die Pipeline auf, denn die Investoren, die App wie schon länger kennen, wissen, dass hier Patente entsprechend nicht mehr gültig sind. Und Humira selbst ist ein Medikament gegen Rheuma, was erstaunlicherweise rund ein Drittel des Unternehmensumsatzes ausmacht. Und hier sind natürlich neue Sachen in der Pipeline. Wen das interessiert, der kann sich hier natürlich das Ganze einmal anschauen. Wir sind dazu jetzt erstmal auf die globale Seite gegangen, haben uns hier den Tab der Investoren einmal rausgesucht, denn das Ganze ist ein bisschen spannender. Hier gibt es verschiedene Shareholder-Contacts, das heißt, ja, ihr könnt euch per E-Mail benachrichtigen lassen, wenn was passiert. Im Endeffekt ist es wieder eine Seite, die ein bisschen viele Bilder hat, ein bisschen wenig sagt. Aber ihr seht hier die nächsten Events, ihr seht hier die wichtigsten Kennzahlen, beziehungsweise eigentlich tatsächlich nur den Aktienpreis. Aber auf Seiten wie Finanzen.net gibt es die wichtigsten Kennzahlen, da könnt ihr immer gerne mal reinschauen. Die sind auch nicht verkehrt und ganz konkret ist natürlich auch hier die Bilanz ganz cool. Die wichtigsten Sachen in der Bilanz sind die Veränderung der Dividende, die ist erwähnenswert, weil die letzten Jahre immer knapp zweistellig, letztes Jahr nur ungefähr 8%. Ansonsten Gewinn pro Aktie 6,65, 20,22, Veränderung EPS 2,68 nach oben. Gewinn pro Aktie unverwässert, ja, das sind alles Zahlen, die seht ihr hier. Die Verbindlichkeiten in Höhe von 121 Millionen US-Dollar, also 121.581 Millionen, also Milliarden US-Dollar im Vergleich zum Eigenkapital. Schaut euch da einfach mal ein bisschen auf Google um und da kriegt ihr eigentlich die ganzen Infos ziemlich schnell, ziemlich gut aufbereitet. Jetzt wird es natürlich hier in TradingView spannend, ganz konkret spannend wird es. Warum? Wir sind hier von Höchstkursen von ungefähr 162 wieder 40 Euro runtergelaufen und das Ganze ist natürlich schon ordentlich. Wie gesagt, das Patent läuft 2023 in Amerika aus und jetzt wird sich erstmal noch zeigen, inwiefern hier neue Produkte, die erforscht werden müssen, zugelassen werden müssen, beziehungsweise gerade in der Studie sind, in der Zulassung sind, ja, wo es einfach noch keine Daten zugibt oder uns wenig Daten, wenig verlässliche Daten gibt, inwiefern sich das Ganze umsatzseitig auswirken wird. So, die Dividendenrendite, fangen wir da mal wieder an, hatten wir eben schon kurz erwähnt, ungefähr 4,5% ist soweit in Ordnung, Ausstellungsquote verhältnismäßig hoch, ja, wegen dem Umsatz, beziehungsweise wegen dem Gewinn, ist aber soweit in Ordnung, wenn das Patent entsprechend auch kommt. Die Analystenmeinungen und die wären nicht so gut, wenn die Dividende nicht einigermaßen sicher wäre, zumindest unserer Meinung so, Minimalziel 0, Durchschnittsziel 25% und das Maximale sind 50%. Auch das sehen wir tatsächlich ähnlich, wir trauen der Aktie tatsächlich das Kursziel, das Mittagskursziel von 150 Euro zu. Man muss natürlich aber auch sagen, dass hier ein gewisser Teil an Risiken schon eingepreist ist, aber es auch nochmal einen gewissen Teil an Risiken gibt. Das heißt, leider wie so oft, die Aktie kann steigen, die Aktie kann fallen, es kann in beide Richtungen gehen. Das Ganze bringt euch jetzt nicht wirklich weiter, aber wenn ihr eine Meinung hören wollt, wenn ihr die Aktie noch nicht habt, gibt es in dem Bereich andere Aktien, beziehungsweise auch Healthcare ETFs. Der ganze Bereich aktuell, Healthcare, ist ein bisschen am Abkühlen, der war auch gerade in der Corona-Zeit doch ein bisschen deutlich überhitzt, natürlich auch zu Recht überhitzt, aber hier wird die Bewertung aktuell wieder ein bisschen relativiert und bei AppWi einfach noch ein bisschen mehr. Chart-Technik gesehen, würde ich jetzt sagen, haben wir hier relativ wenig starke Supportzonen. Wir haben ein paar, gerade wenn wir auf Moving Average gehen, 50-Tage-Linie, 200-Tage-Linie, die müssten in diesem Bereich irgendwo wieder verlaufen. Aber ja, rein vom Chart her kann das Ganze auch noch weiter fallen. Die erste wirkliche Hürde wäre hier die 100-Dollar-Marke, 100-Euro-Marke und die hatten wir ja erst im September 2021, August 2021 und hierhin kann es tatsächlich laufen und irgendwie würden wir tatsächlich sagen, wir erwarten das Ganze fast. Also wir erwarten Kurse unter 120, unter 110, vielleicht sogar noch unter 100. Das Ganze ist unsere Meinung, wir haben keine Glashugel nochmal, keine Anlageberatung, alles was ihr daraus macht, nicht macht, wie auch immer, das ist rein informativ zu betrachten, was wir hier von uns geben. Aber in dem Bereich ist die Aktie für uns interessant für den Nachkauf. Wie gesagt, die Pipeline ist sehr, sehr stark. Wir können euch dieses hier auch nochmal verlinken. Dann könnt ihr euch die Pipeline einmal selber anschauen. Und das Ganze war es eigentlich schon wieder zur AppWi-Aktie. Die Aktie selbst, wie gesagt, ist, ihr seht es hier in der letzten Kurs-Performance, es ist nicht wirklich viel passiert, es ist eine Aktie, die euch vermutlich so schnell nicht davonlaufen wird. Ansonsten macht einfach einen Sparplan drauf, ihr seid bei Stärke und bei Schwäche dabei. Und eigentlich könnt ihr es sogar fast freuen für die ersten Sparplan-Ausführungen. Wenn es günstiger wird, dann kriegt ihr mehr Anteile für das gleiche Geld. Das ist das Gute an Sparplänen. Wenn natürlich die Kurse steigen, sieht es schlechter aus. Oder wenn ihr an der letzten Sparplan-Ausführung seid und es dann günstiger wird, dann sind die ersten Sparplan-Ausführungen auf jeden Fall auch schon im Minus. Und gut, das war es zur Aktie. Schaut gerne für das nächste Video wieder vorbei für die nächste Aktie. Es ist ExxonMobil. Man muss ja auch die treue Zuschauerschaft bis zum Ende ein bisschen belohnen. Also ExxonMobil, eins der spannendsten Unternehmen bei uns. Zumindest von der Rendite her, denn wahrscheinlich ist ExxonMobil das Unternehmen, mit dem wir am meisten Geld verdient haben bisher. Das gibt es im nächsten Mal. Und bis dahin, lass uns gerne noch einen Daumen hoch da, Abo, Kommentar. Du kennst das Thema, wir würden uns darüber auch sehr freuen. Mach's gut.